Läppchen, auch wenn Sie mal jetzt nicht kaputt gehen. Gibt es bei jedem Bauern? Nein, es gibt im Internet noch hier, aber sonst wirklich, wenn wir immer sonst so. Aber das ist ja eine kleine Falle, was ist? Es gibt Ihnen das Geld im Dunkeln, dann sehen Sie nicht, ob es echt ist.